Live-Blog zu Olympia Im olympischen Eishockey-Finale von Olympia hat die Überraschungsmannschaft Deutschland gegen Russland verloren. Trotz einer tollen Leistung reichte es nur zur Silbe für die Debstars. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.